Good morning in the morning. Ja, wir schreiben den 6. April 2024, der Samstag. Jawohl. Ja, ich habe den Balkon so ein bisschen hier als Filmplatz auserkoren für die täglichen Laber-Parts sozusagen, weil ich finde das ganz schön und wenn ihr zum Beispiel da rumguckt, hier so die Richtung, dann kann man sogar das Meer erahnen. Also wir haben wirklich relativ weit, also nicht so weit zu gehen, so lass es 100 Meter sein, dann ist man am Strand. Ja, wir waren heute auch am Strand sozusagen, mehr oder weniger. Wir waren in Kiel an der Schleuse, allerdings kam man da nicht wirklich ran, weil da Bauarbeiten sind und die Straße komplett gesperrt ist. Danach waren wir noch in Kiel am Hafen, da wo die Fähre Richtung Labö abfährt. Ja, da waren wir noch in der Kerzenmanufaktur. Wir hatten eigentlich vor, selber Kerzen zu machen, aber das hätte zu lange gedauert. Man braucht mindestens zwei bis drei Stunden, um so eine Kerze da zu machen und die hatten wir einfach nicht mehr, weil wir dann auch zum Abendessen zurück mussten. Ja, ihr bekommt also Bilder von der Landschaft, von Städten, ein bisschen Autofahren. Ja, das ist das, was ihr heute zu sehen bekommt. Und da das ja wieder ein relativ langes Video wird, sage ich tschü tschü, winke, winke und bye-bye. Macht's gut, euer allseits unbeliebter Grimmling. Ja, das ist das, was ihr heute zu sehen. Ja, das ist das, was ihr heute zu sehen. Ja, das ist das, was ihr heute zu sehen. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.